Ah, so, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's wieder raus. Wo muss ich hin? Äh, ich muss mal hier hin. So, hier. Hi Leute, willkommen zurück zu Dead Space 3. Ja, ja, ich habe mich ein bisschen belesen, also in der Zeit, wo ich jetzt gerade nicht aufgenommen habe, das ist jetzt schon ein Weilchen her, das ist ja letzte Folge. Deswegen, jetzt gehen wir mal in den Shop. Ich hab jetzt rausgefunden, wie man den Safe benutzt. Ich bin ein richtiges Tier. Ähm, wir gehen hier rüber. Das verkaufe ich jetzt mal. Nämlich, man muss es nur mit markieren und dann einfach in Safe. So, dann ist es im Safe. Ähm, den Luftknister klein, den hauen wir auch raus. Kaufen wir. Yep. Und, ja, und jetzt will ich mir... Oh, Reaper. Industriegräse mit Fernsteuer. Oh, auch cool. Aber ich will erst den Anzug, weil der mehr Slots hat. Und, ja, deswegen kaufe ich mir dann jetzt auch... Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Und wie der aussieht, vor allem. Jetzt seht man den hässlichen Anzug hier. Ein bisschen, nicht viel Panzerung und so. Und jetzt kommt der Anzug Level 2. Wie viele Levels es auch noch gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber er sieht schon mal schwerer gepanzert auf jeden Fall aus, wenn die komischen Viecher wiederkommen. Und deswegen... Ich denke, die 10.000 waren es wert, die ich mir da ausgegeben habe. So, nein, da brauchen wir nichts mehr. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Ähm, mit der M, mit der Map. Wo muss ich hin? Äh, also jetzt muss ich hier hin, nach rechts, und dann durch die Tür da hinten. Also rechts und durch die Tür hier. Mit J. Manuell zünden, das sind meine Aufgabe. Und mit L. Nein, auch nicht. Da ist nur die Kapitel. A mit B. Okay. Ja, ich muss mich erst mal ein bisschen hier reinfinden. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein, zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ich habe viel zu tun gehabt mit meinem Prüfung. Oh. Ja, klar, da fehlt ein bisschen was für eine Raumstation, vermutlich. Eintritt Schwerelosigkeit. Ähm. Ja. Wo muss ich hin? B. 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 Ja, nehmen wir wohl mit. Äh, wie war nochmal der Gravitationssprung? B. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie man springt. Scheiße. Lass mich rein. Oh Gott, wie war das nochmal? End des Vakums 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 hab ich doch wieso mich verarschen auf steuerung machte das nicht was ich so gern hätte so jetzt habe ich es jetzt habe ich es wieder raus wo muss ich hin ich vermute mal hier hin hier steuerung oh man hier fehlt mir echter sound ziehen macht doch nein also du hast bald kein sauersturm mehr jetzt ja das ist immer so lang braucht um das zu machen was ich sage stirb hat kein sauerstoff mehr jetzt macht kein sprach hat diese vier nerven das problem ist ich komme hier nicht hin weil das ist noch ein schild wo muss ich denn hin doch ich muss dahin auch man junge macht doch kein so ein geschiss jetzt wegen ein bisschen sauerstoff was gefehlt so ist das jetzt hast du wieder genügend ja keiner macht so ein geschiss wie du wegen sauerstoff was wir sind mit titanfall ich krieg sie echt noch zu viel mit dem heiß das war jetzt das war jetzt so schwer aber was das hat mich jetzt sechs minuten aufgehalten diese scheiße ist doch behindert dass die tür zu und die türen auf und dann wird endlich weiter aber wenn ich dann habe jetzt auch rhythmus dann kriege ich echt zu viel was ist denn hier los mit dem weg schema da erhalten das ist doch hier mal heil nein da wird es nicht mehr doch gehen hm so sind das für die däger machen wir jetzt mal den kopf weg wenn ich so ohne kopf lebt lebt es ist deutlich leichter mein kopf und so deswegen machen weg das sagt mir hier aber ich kann auch hier weil ich halt besuchen gern ich muss sie vom schiff schaffen hier ist es nicht sicher guter mann guter mann ist das gehört da ist nichts was ist das ist auch nichts das was looten mit polisgranaten ok kann man ja gebraucht so ist es nicht das ist unnötig wäre immer wenn man mehr mehr hat was man braucht weil ich finde ich jetzt nur kraft hier spiele ich soll das bringt eigentlich mal zum abschluss bringen komme ich nicht mehr so aus der steuerung raus ist das was auf energieknoten upgrades das weiß noch gibt's wachen abgehört was ist das ja vom körper scheuern jetzt mehr innen mit blitze frei ist das werdet technisches logbuch bla 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 top zum verlassen brauchen wir nicht lesen wir eh nicht durch von dem her kommt das mir nicht darauf an was da drin steht oder nicht drin steht das haben wir alles gelooten wäre ja schade um den loot das ist irgendwie alles feindlicher eben hier der antrieb ist widerlich als das ist mir das auch fast leer das weiß ich auch gar nicht mehr wichtig dass einsätze der steuerung klar auch ja 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 ja